Hallo, ich bin Carola Baumgarten von Colori und wir organisieren für Arosa den Kids Club an Bord der Schiffe. Colori gibt es seit über 30 Jahren und wir organisieren Events für jede Altersklasse. 2014 hat Arosa dann die Familienreisen eingeführt, bei denen unsere Kinderanimateure immer an Bord sind und für die Kinder und Jugendlichen im Alter von vier bis 15 Jahren Programm bieten. Im Mai 2022 wird mit der Arosa Sena ein ganz besonderes Schiff auf dem Rhein fahren, auf das wir uns schon riesig freuen. Da gibt es ein ganzes Deck für die Familien mit großen Familienkabinen, die Platz für bis zu fünf Personen bieten und perfekt auf die Bedürfnisse von Eltern und ihren Kindern abgestimmt sind. Es gibt einen eigenen Spielebereich, ein eigenes WC, zwei Waschbecken und einfach genug Platz für alle und auf dem Sonnendeck gibt es sogar einen eigenen Kinderpool. Das Highlight in der Family Area ist für uns natürlich der Kids Club. Es ist das erste Mal, dass wir einen festen Raum für unser Kinderanimationsprogramm haben und wir freuen uns auch riesig, dass wir bei der Gestaltung dafür unsere Ideen mit einbringen durften. Wichtig war es mir halt, dass wir beim Kids-Bereich mal richtig das Thema Maritim und zu Wasser halt zu sein ausleben können. Das heißt, das spiegelt sich dann eben auch im Design wieder. Wir haben viel Blau verwendet, auch so ein bisschen die Thematik Piraten und auf dem Schiff halt sein. Das war auch mit dabei. Und was eben auch wichtig war bei dem Bereich ist, dass wir wirklich den Kindern die Möglichkeit geben, nicht nur sich auszutoben, sondern auch wirklich Entspannungsbereiche zu haben und die Fläche, die eben da ist, so gut wie möglich zu nutzen. Wir haben zum Beispiel auf der einen Seite ein Podest erstellt, wo man eben drunter kriechen kann, sich verstecken kann, aber auch runterrutschen kann, ein bisschen an einer Kletterwand hochklettern, also wirklich pures Austoben. Und auf der anderen Seite haben wir dann kuschelige Ecken, so große Steinkissen, in denen man sich halt verkriechen kann. Wir haben einen Bereich natürlich auch für die bisschen älteren Kinder geschaffen, wo sie sich zurückziehen können. Natürlich haben wir auch eine kleine Pantry mit drin, damit die Kinder jederzeit versorgt sind und auch ein paar Malbereiche. Also wir haben wirklich alles mit dabei. Von Rückzug bis Austoben sind die Kinder wirklich versorgt. Hallo, ich bin Amelie und ich bin Kids-Club-Animateurin auf Arosa-Schiffen seit 2018. Die Arbeit mit den Kids und Teens macht mir extrem viel Spaß. Je nach Altersklasse malen und basteln wir, mixen Cocktails, backen Pizza, veranstalten Schatzsuchen oder auch malen Discoabend. Auch ich lerne ganz viel von den Kindern und mit einigen, die schon häufiger da waren, stehe ich auch immer noch in Kontakt. Eine Kreuzfahrt ist für Kinder wie ein Abenteuer und ich finde es toll, Teil des Abenteuers zu sein, es zu gestalten und es für sie noch schöner zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017